Für Netflix war das Jahr 2020 aus unternehmerischer Sicht ein voller Erfolg. Kein Wunder, schließlich waren selten so viele Menschen rund um den Globus gezwungen, zu Hause vor dem Bildschirm zu sitzen. Nun ist das neue Jahr bereits in vollem Gange und Netflix denkt gar nicht daran, einen Gang runterzuschalten. Vor kurzem veröffentlichten die Verantwortlichen einen kleinen Teaser, in der einer der Höhepunkte sicherlich Red Notice mit Gal Gadot, Dwayne Johnson und Ryan Reynolds war. Inhaltlich geht es um einen Interpol-Agenten, der mit einem Hochstapler zusammenarbeitet, um eine geniale Kunstdiebin zu fassen. Einen ersten Einblick bekommt man außerdem im Netflix-Vorschau-Video für 2021, wo man ein paar witzige Momente und eine hochexplosive Situation bestaunen kann. Interessante Story gepaart mit der hochkarätigsten Besetzung, die man sich momentan vorstellen kann. Was will man mehr? Untertitelung des ZDF, 2020